Guten Appetit, Bro, vielen Dank, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Wir werden dann voller Obsessed-Cast mit Tolkien in der EP. Nächstes Mal wieder am Mittwoch also. Denn die machen jetzt Montag, Donnerstag in Korea, China Pause. Heißt, morgen ist nur LEC. Heute ist natürlich auch noch LEC. Wir spielen einen softigen Plus-3-Engeland. Ich dachte, ich spiele gegen Zac oder Wukong. Auf einmal ist es Wukong mitlane. Wenn es sich nur irgendein Wukong mitlane, ist es Tiger the Tiger mitlane. Also ein OG Kled Wukong One-Trick. Und wir spielen jetzt Top-Land gegen den Counter-Pick. Naja. Machen das Beste draus. Dann schauen wir mal, was wird. Und dann heute Abend, 17 Uhr, G2 gegen BDS. Morgen aus der Arena. Heute von zu Hause. Und dann machen wir da gut. Dann wird ein Ball draus. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ey, danke dir, Opsi für den Raid. Danke dir, Bro. Danke dir, man. Obsessed. Lass dich schmecken beim Mittagessen. Mal geil, lass es dich wieder mit dir. Gut Kick in die Runde. Und hoffentlich gibt es lecker Kassler oder so. Keine Ahnung. Was grillt man? Kann man Kassler grillen? Ne. Leckere Bratwurst. So ein Maiskolben. Und so eine Wurst. Wurst ist auch ein sehr seltsames Wort. Oder? Ja. Wurst. Because I'm no prophet or messiah. Wurst. Ja, Mensch, ich hab jetzt ein bisschen haf, weil ich mich flippen kann, wann immer ich lasten will. Also, wenn ich plus dreien möchte, kann ich halt geflippet und floppt werden und sonst verliert mein Champion. Ich hätte mit der Wave wahrscheinlich in den Lane laufen sollen, aber okay, er macht nichts. Wenn er pusht, wäre super. Don't put the blame on me. Er kommt nicht so, oder? Was macht er? Ja. Aber das ist, by the way, komplett rough. Wenn ich noch ihn gekillt hätte, wäre es insane. Aber ich hab ihn gekillt. Das ist komplett gut. Das ist digit gut für mich. Hä? Das ist auch gut für botlane. Okay. Well, dann. Hätte ich Darkseid vielleicht kaufen sollen? Nein, ich glaub nicht. Boots ist schon geil. Wenn ich Aionis first item habe, ist gut. Alrighty, Chat. Das erste plus drei war ein paar Jahre nachdem wir plus drei, nachdem wir einen Sumo-Kick geholt haben. Let's go! Ich hätte gerne Dorans Ring gehabt, aber geht ja nicht mehr zusammen zu kaufen mit die Shit. Ein Asus Q wurde gebufft um zehn Base Damage auf jedem Level, was echt insane ist, plus drei und zeitlich hat er mehr Passive-Damage bekommen, äh, mehr Passive-Heilung. Eigentlich hätte ich ihn nicht ghosted, haben wir ihn einfach gekillt, wenn ich wehnehme. Nein, ich sollte nicht chillen, ich sollte nicht, ich sollte nicht hin. Plus drei. Kanonenwasser ist plus zwölf, deswegen nehmen wir uns da vielleicht die Q auf. Ich würde uns am liebsten dafür flippen wollen, muss ein bisschen aufpassen vor, aber ist okay. Plus zwölf. How can we not talk about... Und bam, dann kann man wieder ein plus Dreier. Das ist geile Uga-Zitate, wenn du Pott-Entwürfst in der plus drei. Vielleicht kann es Level 4 werden. I'm at the wind in it! Ah, ich war zu greedy. Mein Champion ist nicht stark genug, das zu machen. Er hat keiner getraut, wann ich Base war, aber mein Champion ist halt der Late Game Dog. Mal wet, mal wet. Was gehe ich jetzt? Ich glaube, ich sollte ein bisschen tankier gehen. Ich war gierig, ich war gierig. Ich wollte ihn erkennen, wenn ich das so Spiele früher ghosten müssen. Wenn ich sein EG-Side-Side-Side kriege und sein Schild abwarten kann, dann ist es okay. Zu gierig, zu gierig. Wir haben keinen Sound. Och nee. Heute sind meine Sound-Einstellung alle so fucked. Warte, ich weiß nicht, wie ich das fixen soll. Manchmal ist alles andere geklappt. Eigentlich ist der Leak-Sound mit dem restlichen Stream am unwichtigsten. Wie ist es jetzt? Wir haben noch keinen Leak-Sound. Ich höre alles, aber ihr hört nichts. Ja, tut mir leid, heute sind meine Sound-Settings fucked. Der eine macht Musik lauter und hofft das Beste. Plus drei, by the way, gerade. Und nochmal plus drei. Weil lieber jetzt, ich das jetzt gefixt kriege, weil das wird eh nicht klappen, habe ich lieber Sound nachher bei der DC und lasse die Settings so, wie sie gerade waren. Plus drei. Tut mir leid, Latz-Boys-Latze, aber es wird sich jetzt nicht ändern. Also es ist einfach seit einer Woche oder so richtig schlimm. Heute Morgen war es auch schon schlimm. Plus drei. Ich weiß auch nicht, wie das sein kann, dass ich das höre, aber ihr nicht. Das ist einfach so weird. Und plus drei. Ja, der Tens-Weck-Counter-Pick plus Sheikow, Level 1 Top-Line-Gang und dann war ich noch gierig. Also jetzt bin ich halt sehr farbehandt gegen Phage. Plus drei. Soll über jeden plus drei glücklich werden. Das gute ist, Uwe hat pusht halt mit der Zeit wegen, seiner Beine, aber wenn ich halt so Aoe-Ees benutze, dann push ich halt auch keiner entgegen, aber wenn ich dadurch Minutes kille, bin ich auch glücklich. Er hat irgendwann ge-flasht wahrscheinlich. Ich kann seine Ehe baiten, aber he does not get baited. Leider sehr unplayable nach dem Play jetzt. Da war was schon rough, weil ich halt die P so früh verloren habe. Am Sheiko G'dive oder am Sheiko Gank. Das war schon scheiße für mich, aber der Kill war, hat es okay gemacht und jetzt halt einfach nur terrible. Wenn man so hardlosing Matchups könnt ihr auch drei Punkte eh machen, aber dann braucht ihr meistens auch Dorans Ring, dann seht ihr halt, ich kann nichts tun. Also es ist einfach nur ein Akzeptieren, dass man gebullied wird, weil ich nämlich flippe, bin ich actually dead. Not even close, baby. Das ist ganz geil, kann ich rauskleben, meine Sound wieder zurückstecken, damit ich wieder auf dem Headset wenigstens Sound habe. Honey Food Spawn hat spätestens zehn Sekunden, wir brauchen sie aber am liebsten jetzt. Eine unglückliche Scheiße, 16, 17 spätestens, mal gucken, ob Roti nimmt. Egal, wir können trotzdem live sehen hier, oder? Plus drei. Wir haben erstmal überlebt, für den Moment, das ist schon mal gut. Haben wir das? Ah, plus drei, plus zwölf nicht geschafft, traurig. Traurig, traurig, definitiv. Plus drei. Und plus drei. Ja, how do we play this chat? I think we just scale for late game. Plus drei. Oh, sagen wir, mein Skill sieht ziemlich cool aus. Hat was. Der Sound ist auch echt geil, aber leider könnt ihr ja nichts hören. Super, plus drei. weil ich zähle von OBS und Tonsprunt-Trennung wieder mit Steel Seas, plus drei, irgendwelche Software-Issues again. Hm. Plus drei. Aber wir killen den extra nicht mal. Also ich hab guten Damage auf der Ult drauf, plus drei, aber ohne Schienen hab ich kein Damage auf der Q. und plus drei. Also die Lifestyle ist schon crazy meines Champions. Moven alle hoch, moven alle hoch, es moven alle hoch. Einfach dead. Plus drei. Ah, das Jumping auch reinkommen wird, ist sehr, sehr toll. Und plus zwölf. Jetzt sind dreimal top, mein Support ist am Support-Jungle gestorben, mein Schawan. Mann, oh Gott, hm. Well, well. There for grace, I go. Fairerweise schon recht schwer, Nasus wirklich aus dem Game-Man auszuboxen. Ich bin zwar ziemlich fucked, aber es ist immer noch okay, Playable. Immerhin. Plus drei. Und plus drei, aber vielleicht sollte ich adaptieren dieses Game, wo nicht Aionins, sondern Tabis gehen. Die sind eh fast voll A, das lohnt sich sehr. Plus drei, ich glaub ich geht Tabis. Ja, scheiß auf Aionins. Das war geiler für Teleport und für Ghost und das deutlich bessere Item für Stacks. Aber wir sind, wir spielen vor Behind gegen AD Carry, Tristana, Wukung, Urgott. Plus drei. Wenn er jetzt jemals flippt, muss ich direkt ulten, auch wenn er E-Flash nur baitet. Ich muss ulten, wenn ich genug Leben habe, zu überleben wahrscheinlich. Oh mein Gott, wichtig. Er hat ge-e-flasht, wie wir prediktet haben. Aber wir haben direkt geultet. Er hat auch seinen E-Flash gefällt, sonst wäre ich da glaube ich trotzdem tot gewesen. Aber das bringt natürlich Loki ins Game zurück. Eine Menge plus drei ist auch gerade. Und da ist noch ein plus drei. Jetzt haben wir die Wafer hardpushen und basen. Plus drei. Haben wir keine Minder ge-greedet gerade, Tolkien. Hab ich plus 12 verpasst? Ich bin ein Inter. Ich bin ein Inter. Plus drei. Oh, wichtiger Solo-Kill, der bringt uns das Game zurück. Jetzt hab ich Loki Bock, Dinge zu kaufen. Plus drei Aionins. Ob ich eigentlich nicht sollte, aber ich hab Loki Bock. Wie wär's mit Iceborne? Plus drei. Tri-Force ist eh nicht so geil, oder? Was mit Iceborne Gauntlet? Ist das besser? Plus drei. Wie wär's, wir gehen Amor im Iceborne und gehen trotzdem Aionins und scheißen auf Tri. ist das der Weg? I think it might just be the way, oder? I think it's the way. Ist doch irgendwie auch kind of weird, aber es ist auch der Weg. Ich weiß, erst mal nicht mehr, was Kinder Jam baut, hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr Ability. Lass mal versuchen. Ich hab letztes Mal Tri-Force gespielt. Iceborne gegen den Andraft. Wirkt jetzt erstmal in den Zellen nicht bad, ne? Fällt dir nicht der Movement Speed? Ja, dafür nehm ich den in den Movement Speed in den Gegner, ne? Tri-Force gibt mir welchen und Iceborne nimmt den welchen. Wird nicht toll sein, aber ist auf jeden Fall nicht terrible. Plus drei. Und plus drei. Wenn der später lastet, dann vielleicht den auch noch plus drei. Nice. Plus drei auf der Wave Bonus bekommen quasi. Und plus drei. Ein bisschen anfangen zurück zu traden mit Sheen. Plus drei. Plus drei. Plus drei. Plus zwölf. Eigentlich wollte ich auf Ghost warten, aber er hätte Flash. Plus drei. Plus drei. Ich liebe es mit Ur zu fahren. Plus drei. Plus zwölf. Plus drei. Plus drei. Wir sollten besen, oder? Haben wir es fertig? Oh, das ist big. RTP. Können wir die Platten vielleicht später kriegen. RTP, ich hab die Pi. Deswegen lohnt es sich nicht zu stayen. Auch hat es auch nicht gelohnt, deswegen zu hard pushen. Ich kann zur Lane laufen, TP bewahren. Oder wir können ihn nochmal direkt mit Ult und Ghost in 60 Sekunden killen. Er merkt den Coolen auf dem Scheiß. Game läuft jetzt super, Mann. Wo wir uns zwei im Eldag haben, sind wir abgefahren von Sheiko. Dann hab ich Sheiko noch gekillt und bin dann leider dumm an Ugak gestorben, weil ich gierig war, aber er wurde auch gierig. Jetzt sind wir ziemlich mächtig auf dem Item-Power-Spike, aber natürlich kein Tripos mehr. Schon schlechter. Ich weiß gar nicht, was jetzt mein Damage-Item wird, wenn es nicht Tripos ist. Plus drei. Plus drei. Und plus drei. Vielleicht geh ich einfach Full-Tank. Plus drei. Können wir jetzt weitermachen? Plus drei. Können wir auf ihn rauflaufen vielleicht? Und plus drei. Plus drei. Plus drei. Okay, Leute, eigentlich lohnt es sich nicht. Aber ich habe ganz viele Ice-Band-Prox und Jarvan gekommt. Plus zwölf again. Plus drei. Ja, ist schon, also man merkt auf jeden Fall den Verlust meines Items. Plus drei. Von Triforce, Damage. Aber ich habe da vielleicht sehr viele Slows und bin sehr tankig gegen deren Draft. Plus drei. For Grace, I go. Welche Ulten für Damage auf den Turm? Drei Platten sind schon ziemlich gut bezahlt hier. Und die FH pushen. Plus drei. Wir müssen nicht jeden plus drei mitnehmen, einfach nur den Großteil mitnehmen. Und dann Base gehen. Der Base ist wichtiger als jedes hier zu plus drei. Können wir nicht fünf Platten vielleicht schaffen, wenn wir jetzt Base gehen. Uga ist noch nicht da. Ich glaube, der ist auf K gegangen, by the way. Ich glaube, der ist actually gebrochen. Sonst wäre der schon zurück, rechtzeitig. Okay. Zweite über Uga. Was gehe ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Actually, lass mich nachdenken. Gehe ich Sturax? Sturax. Ich habe keinen Tenacity in Ruhe. Ich glaube, Sturax ist vielleicht richtig gerne gewinnt. Wir haben genug Rüstung. Das heißt, wir gehen danach dann probably Dingens. Das ist hier. M.A. Item. Obwohl wir es eigentlich gegen AP Shake und ich wirklich brauchen und gegen Zac. Sturax plus Deadman oder Frozen Heart halt wie sonst. Wäre, glaube ich, geil. Aber ich bin nicht komplett Overcap mit Rüstung. Plus zwölf und plus zwölf. Plus vier und zante ich. Rampage. Ich muss sagen, die Nasus Buffs plus drei. Waren auf einem ohnehin schon simplen und starken Champion plus drei. Echt mächtig. Plus drei. Plus drei. Scheiße, die Minions wollen Platten haben. Gold ist nämlich auch geil. Nicht nur plus drei. Fünf Platten sind richtig sexy hier. Gegen nur, weil wir noch TP gehalten haben, dass wir überhaupt da waren. Turm ist ja auch nochmal Stacks wert. Wir können den Turm eigentlich auch stacken. Aber wow. Oder war. Er hat gleich eh erst raus. Und nochmal plus drei. Ich glaube, bis jetzt den Nässt hier wird mir gut tun. Plus drei. Ich habe ein bisschen Dässt in Ruhen. Ich glaube, ich gehe danach trotzdem wo ist ein Hard. Plus drei. Und nicht Esper Revisage. Ich brauche es nicht für Zek und Shaco. Plus drei. Gutes Combat-Game bisher. Das war gleich auch fett über ihm. Ich wäre natürlich der einzige plus drei, der hier gegankt werden kann. Ich habe Strikes in Basis. Wie soll ich hier nicht unbedingt enden? Plus drei. 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 Das ist Shaco. Drei. Das ist aber ein Highlight, wenn er plus zwölf kommt, finde ich. Bumm. Plus zwölf. Wir haben Push-Nee-Wave auch noch. Uga hat sich Mitte gezeigt. Drei. Plus drei. Plus drei. Ja. Ja. Die Turm kriegen könnten, wäre es so cracked. Dann bin ich auf jeden Fall op-in im Game. Und wäre jetzt schon ziemlich mächtig mit neuen Gold-Bounties zu meinem Namen. Turme sind auch Stacks wert, ne? Soll ich eigentlich den Turm ja auch stacken. Warum nicht? Wir sind bei 345. Jetzt sind wir bei 348. Plus drei. Die Luft auch noch aufgobbeln? Ja, das lohnt sich nicht. Scheiß auf. Ich hab kein Mana mehr. Dauert zu lange. Kannst du mir bei uns, ist okay. Ja, wegen Storix-Frozen-Hart, Spirit-Visage-Jug-Show-Last-Item. Ist noch deutlich mehr tanky als sonst. Aber ist quasi der Triforce-Build ohne Gargoyles. Weil Gargoyles ja nicht mehr existiert in League of Legends. No. Seit wann plus drei? Früher waren Turme plus sechs. Ich glaube, sie haben das removed, als sie Cannon Minutes und Champions plus zwölf gegeben haben. Haben sie die Turme auf drei reduziert. Früher war das plus sechs. Wir haben recht wenige Stacks dieses Game. Weil halt early game nicht so Togo lief. Trotzdem bin ich sehr gut dabei. Plus drei. Vor allem halt in Gold. Aber auch in Stacks mittlerweile ganz okay. Plus drei. Oh, kein Damage. Plus drei. Plus drei. Und drei. Können wir ihnen helfen? Ich move, ich move, ich move. Er hatte Mana für Ult nicht ready. Jetzt hätte er doch noch mal was machen können. Scheiße. Shagos rausgeflasht. Ich habe nicht ganz, äh, Shagos rausgedasht. Ich habe nicht ganz wohlgekommen gehört. Ich habe nicht mit Urgott gerechnet, weil ich gewinne da easy 1v3. Aber nicht, wenn der Stachel in mir sitzt und 700 Two-Damage macht natürlich. Weil er hat es geregistriert quasi auf mich, als ich gesitiert war. Deswegen war ich low. Und wollte ich nicht hoch live-steilen. Deswegen ist der Sterk's Gate kind of nice, weil es mir Tenacity gibt, nur 20%. Plus die 20% von meinen Runen. Kommen wir so insgesamt auf 36% Tenacity. Weil das irgendwie multiplikativ stackt. Ich weiß nicht, warum, wie das 36% ergibt, aber ich bin aus der schlechten Mathe. Vielleicht weiß jemand im Chat, warum 20 mal 26 ist. Keine Ahnung. Fear Beyond Death. Einer der geilsten Namen League of Legends. 100%. Nice, äh. Guter Botland Dive. Es sind einfach 20% von den 80 übrigen. Achso, das gibt ja voll Sinn dann. Neu. Ja, dann ist das simpel. Äh, sales dort. Ne, das ist ja voll sinnvoll eigentlich. Danke, Chat. Drange, Chat. Plus 12. Ich glaube, wir nehmen Herod und enden damit, oder? Ich mache echt nicht viel Damage auf das Ding. Unsere E macht sehr guten Damage da. Vor allem wegen der Armourpen. Unsere Ehe würde das Ding one-hätten. Früher war Nasus Jungle populär, weil du mit der Ult so gut National zu Solon konntest. Und vor allem Drachen. In den Zeiten von Snoopy. In Season 12. Also wirklich, mit früher meinte ich wirklich früher. Vor einem Dutzend Jahren. Nasus Jungle, Baby. Lang ist der. Nein, es ist plus 12. Jetzt gehen wir in den Bus rein. In den Busfahrer. Und was geht es heute Abend in der LDC? Um den Einzug ins Finale. Der Gewinner von heute Abend ist im LDC-Finale plus 3. Oh, fuck. I got cancelled. Become dodged. Incoming. Gave in, das ist auch Stacks mittlerweile eigentlich. Lass mal gucken. 339. 390 meine ich. Schade. Ist der Botlane gecharged, der Harrods? Wen willst du verarschen? Das erwarte ich nicht, meine Intention. We were this close to greatness, Chatter. This close to greatness. This close to greatness. 420 Stacks. Woohoo! Nicer. Immer etwas, was die ganze Situation aufwertet. Nice. Ja, ein bisschen zu Ende mit der CD von uns ein, glaube ich. Wir hätten mit Harrods have enden können. Zu fünft halt. Bin auch schlecht Botlane gespawnt. Ich hätte einsteigen können. Um auch selbst Mitte zu fahren. Aber ja. Wollen wir mal zu fünft jetzt enden. Mit Nash, mit was auch immer. Wir sind so viel stärker. Kannst du starten einfach das Nashorn. Darfst du meinetwegen auch machen. Sie kann ihn beinahe soloen. Ich glaube, es ist nicht das ganz schaffen sollte zu soloen. Aber beinahe. Wenn jetzt gestilliert wird von irgendwem, weil wir haben keinen Smite da, dann ist das Game relativ lost. Na, also. Ambersäcke Spotline, okay. I walk through the ages. Jetzt Buried of Visage, aber ja. Traverse hoffen sie zu meinem Fantasy schon ein wenig. Bin ich ehrlich. Schon unangenehmer. Kommst halt eher auf Leute rauf, um sie zu auto-attacken, als wenn du sie überhaupt, also wenn du sie schon mit Q getroffen hast, um sie mit Iceman zu slowen, bist du halt schon auf sie raufgekommen irgendwie. wofür du halt meistens movement speed brauchst. Can't touch me. Schade, kein plus 12. Da ist plus 3. Plus 3. Plus 3. Und plus 12. Ja. I mean, das Game ist halt so lange schon over, aber die Gegner wollen weiterfighten, was okay ist. Ist absolut deren Recht. Plus 3. Dann enden wir halt irgendwie an langfristig, wenn unser Team dazukommen möchte. Plus 3. 3. 3. Und 12. Können wir einfach enden, Leute? Wollen wir nicht einfach Mitte gehen? Auch mit Cassio? Tippi. Dann kann er meinen Chat nicht lesen. Oh, loll. Instant reagiert. Moment. Kann meine Pink-Cities mal nicht. Plus 3. Aber meinen Chat schon. Dearest Carthus, would you kindly consider to old bot lane? It appears we are in this May is stressed for summer. Wurde gerade Omega gewandertet? Oh, wir haben die Blob-Post reiht. Ist ja witzig. Ja, geiles Game, Mann. Wir haben richtig im Cover nach der Anstrengenden Lane. Richtig Spaß gemacht, das Game. Schon ruhig geblieben auch. Am Ende noch nächstes Plus 3. GGs. War lustig. Hab ich enjoyed. Fürs gut. Tao'n